Hallo! Hi! 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 Der war gut! Zeichne mal, wie schön deine Haare hier! To Blank Terrorist Down! Sehr schön! Boah, was für die Qualität! Das ist echt cool! Miko Hatsune! Von Wokeloid! Miko! Boah, hast du einen geilen Arsch, Alter! Hä? Boah, hast du einen geilen Arsch! Boah, geil! Boah, ich hatte doch die Olle von mir, aber... Curry! Curry! Ich hab gesagt, pass auf! Ey, stopp! Hör auf auf mich zu schießen! Ja, pass auf Curry! Ja, na und? Du hast grad die scheiß Granate geworfen! Huch! Oh, mir sind die Alerts an! Was?! Ja, das hab ich zwischendurch auch gemacht! Hallo, Knochen-Trocken-Wig! Upsi! Das ist ja peinlich! Ach, Quatsch! Ist lustig! Ey, Alter! Alter! Tobi! Tobi! Wann war das? Ihr kleinen Bitches! Was macht ihr da? Ey, Paar, Alter! Ihr seid Weiber! Was ist los mit der Paar? Dreckige! Huch! Mann, ich fall immer wieder drauf rein, dass... Hallo! Uhren! Ich hab Uhren gesagt! Wir sind dreckige Uhren! Dreckige Uhren, ja! Bist du gerade im Tradershop, Erik? Ja, klar! War guter? Ah, jetzt komm ich wieder raus! Juhu! War, war... Hallo, Mann! Wieso komm ich nicht raus? Jetzt! Ja! Tobi-Nator, Tobi-Nator! Warte! Hört's so so? Hört also, ne? Ja! Oh, ich hört mein Scheiß! Wer in der Bremen eine Hand gewummt? Der Curry macht wieder Feuer! Ich seh's! Ja, Curry ist immer gut! So einer ist das also! Kann ich auch mal wärmer werden! Hey! 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 Das sieht aus wie ein GTA, ne? Wie vom GTA sieht das ein bisschen aus! Weiß ich gar nicht! Der draußen vor allen Dingen! Ui! Bahn? Ja! Was? Was bin ich gar nicht? Du gleich! Ey, ich hab gesagt, Bahn! Erik! Tobi! Tobi! Was ist denn los? Was? Tobi hat mich angeschossen! Überraschung! Ich hab noch 20! Der Wichser! Ja! Das war ein echter Ausdruck! Mach das doch bitte nicht! Entschuldigung! 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 Tobi! Du kleine geile Sau! Du siehst viel besser aus, wenn du dich nicht bewegst! Noch einmal! Wir machen eine Schmuse-Party! Ja! Zeig dem Tobi mal den Mixer, dein Mixer mit W! Mein Wichs... Achso! Ahahaha! Erster Ablauf ist reingefallen! Was ist das denn? Hey! Oh! Es ruft auf mich! Wie war's das mit? Was trinkt die Kuh? Wo hätte mich auch voll drauf reingefallen? Hey! Ja! Was? Ich wollte... Die Pan... Die Pan kriegt gar nichts mit, Alter! Ey! Unfassbar! Die Pan läuft einfach so rum! Voll volle Wiffen mit Milch! Alle tot, du weißt du? Vor allem alle schreiten rum! Ich habe ihn aber noch erschossen! Die Pan... Die Pan... Entschuldigung! Der Eric schießt! Der Eric schießt! Die Pan bockt es einfach überhaupt nicht! Ich hab's irgendwie gar nicht mitgekriegt! Nee, passt schon! Ja, okay! Oh, Entschuldigung! Mann, ich wusste nicht, dass der Tobi tot war! Äh, kacke, Alter! Ich hab's sogar noch ein paar Mal gesagt! Ja, ich hab's nicht mehr! Und so weißt du's! Ey, du hast einmal gesagt, der Tobi hat auf mich geschossen! Das hab ich gehört! Ja, genau! Auf 20 hat er mich runtergeschossen, dann musste ich mich wehren! Ja, klar! Sorry, ich war Traitor! Scheiße! Ja, sag ich doch! T-i-t, Alter! Tobi ist Traitor! Der Tobi, die alte Titte! Titti! Tobi ist Traitor immer! Always! Ey, Pa! Hey! Hey! Tobi hat schon gar keinen Skin! Tobi hat schon gar keinen Skin! Ach, komm, Alter! Der Tobi ist der Erste, der dafür wollte, dass der Point Shop wieder rauskommt! Ich verstehe das halt noch nie, warum das immer so ausgeht! Ah, der der Eric, den da... Ich bin Sepp von Sepp von Sepp... Das war aber sehr, sehr sportlich! Der Tobi hat mich angeschossen! Tobi, Tobi! Nein, du brauchst es gar nicht! Nein, Tobi! Nein! Warte, hier! Bleib stehen! Bleib stehen! Hey, Pan, 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 Pan! Guck mal hier! Was? Wer nach Bremen, Alter! Was war das denn wieder? Die ganze Welt ist erschüttert! Die ganze Welt ist erschüttert! Hast du auch, Freunde? Die ganze Welt ist erschüttert! Hier liegt Blut? Ja, das ist meins! Das war der Eric wahrscheinlich? Okay, okay, okay! Ich bin auf dem Selbstzerstörungstrip! Anales Bluten von Eric! Was? Was? Was ist los mit der Frau? Ich weiß nicht! Ich hab zu wenig geschlafen heute Nacht! Anales Bluten von Tobi! Und das hängt nicht ins Zusammenhang jetzt an! Und sie macht Bilder mit dem Tampon auf ihr Gesicht! Ich bin voll übermüdet irgendwie! Wenn ich übermüdet bin, rede ich auch immer über anale Blutungen! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? 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 Was ist denn jetzt los? Ich bin nüchtern! Hä? Warum ist denn Blut? Ist das das Blut? Das war das Blut von Eric! Das war das Anale Blut! Heute war einfach so viel Information! Ich bin so... Okay! Konzentration! Curry! Curry, könntest du... Hey! 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 Okay, ist jemand gestorben dabei? Das war lustig, ne? Aber ich weiß, dass er sich was vorgestellt hat! Hey! Curry! 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 Mit der Sonne im Hintergrund, das ist echt schön! Könntest du bitte nicht... Oh! Warte war das... Oh! 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 Was ist das denn hier?! Halter! Ich hoffe, das ist okay! Boah, war das knapp! Boah, war das knapp! Das ist knapp, Alter! Hörauf, warum will ich zu schießen? Erik? Ja. Erik? Ja 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 ja. Ist der Karian! Hier. Hier. Das ist ja schon ein schön... Ah, geh weg! Verdammt. Ich möchte nicht. Pff, Pern, 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 Pern. Pern, bitte. Erschieß mich nicht... Cool mit den Haaren, wie die so wehen, das wäre ko Twitch. Ja nä, echt geil Und was gut gemacht? Perg die nicht erschießen! Perg die nicht verschießen! Perg die nicht erschießen! Perg die nicht erschießen! Perg die nicht doch mal angucken! Nee-! Erschieß mich immer! schön. Warum bist du denn hört mit Öl, warum? Weil ich hab anale Blutungen. Bitte Pan, ich will ja nur Pan, bitte Pan. Miko Hatsune hat anale Blutungen. Darf ich bitte meine Folge so nennen? Ähm, was ist da? Was? Oh mein Gott. Hey, das war nicht gut. Was war das denn? Mann, ey. Warum kann nicht einer rumsterfliegen? Ich hab grad voll deinen Slip gesehen. Ja, ich hab grad den von Tobi gesehen. Ich hab meinen Arsch. Ist der denn rot wegen Blutungen? Nee, der war schon wieder sauber. Bisschen eingekackt, weil ich mich erschrocken habe. Da ist so ein kleiner Maul drauf rausgeguckt, aber sonst... Was? Ist das dein Ernst? Was stimmt mit dir nicht? Oh, Alter Tobi. Tobi ist traitor. Tobi ist traitor. Tobi ist traitor. Warum? Warum ist der traitor? Ich hab keinen Skin. Warum ist Tobi traitor? Du hast nen Skin, Tobi. Echt? Echt? Sag mal, komm. Habe ich jetzt immer noch einen? Habe ich jetzt immer noch einen? Nein, hast du nicht. Hä? Ne, jetzt nicht mehr. Warum ist der traitor? Sag mal Erik, komm. Hä? War grad noch Repairing war. Das ist doch scheiße. So was kann man nicht behaupten, so was kann man nicht behaupten ohne... Hä? Das kann man doch. Hast du doch gesehen? So was kann man nicht behaupten, das geht nicht, das ist unter aller Sau, das ist unfassbar. Das behauptet so ständig von anderen. Wer war euch alle ab mit Disco-Umbulator? Ähm, vorsichtig. So, wer verhält sich denn jetzt von euch vor dich? Alter Tobi, was machst du da? War der Curry hier oben. Achso. Alles klar. Ja, alter lustig. Hier, noch eine. Pass auf. Pass bitte auf. Wenn ich ster... Tobi, tut mir leid. Tobi, tut mir leid. Jaaaa, der Tobi, alter. Wer war, wer war's denn jetzt? Ja, ich hab die Granale geworfen. Ja, aber ich hab vorsichtig gesagt. Unter den Deckmenschli. Ja, der Curry sagt immer, ich hab vorsichtig gesagt, weißt du? Okay, okay, es reicht mir. Es war eine schöne Zeit. Ne, ich glaub dir nicht, Tobi. Hä? Was? Hä? Was? Hä? Was macht ihr denn da? Was war das? Ich wollte mich gerade höchst künstlerisch selbst umbringen, aber es hat leider nicht funktioniert. Warum? Weil ich nicht so weit geflogen bin, wie ich dachte. Das ist schade. Ich steh hier unten und hab gehofft, da fliegt gleich was. Okay, noch mal einen Versuch. Also, es war sehr schön mit euch. Ja. Wir sehen uns. Tobi, komm. Hä? Ich steh... Was? Zu doof zum Scheißen oder wat? Ey, was willst du denn jetzt? Was ist denn da los? Was machst du denn? Ich will das schaffen. Erik? Ja? Ich versuche, ein gutes Bild zu kriegen. Okay, ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. Ich schwör's euch. Okay, Tobi, mach's gut, Tobi. Hm? Ey, das ist doch unfassbar. Das klappt irgendwie nicht so gut. Das klappt irgendwie nicht so gut. Das ist doch unfassbar. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Okay, dann muss ich den Tobi... Dann... Ich glaub, ich brauch den Tobi dafür. Ich schieße anale Blutungen. Alter, was? Was ist denn los mit dir? Ich wollte das nochmal aufgreifen. Geh, Geh Pan, Geh. Ja komm Curry, mach es doch mal. Geh. Mach es doch mal. Nein, ich hab leider keine Granate mehr. Geh. Spring da einfach runter, wie feige bist du. Nein, das ist nicht so geil. Jetzt sei doch mal ein Mann. Nee, warum willst du das überhaupt? Einen weniger, ne? Den du killen musst. Ja, ja Pan. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Aber weißt du was Pan? Nochmal. Neuer Versuch. Okay. Heute krieg ich's hin. Ich krieg's hin. Ich schwör's. Hm? Äh. Was war das denn? Okay Tobi, jetzt. Ich folge dir. Äh Pan? Äh. Haben sich jetzt alle umgelegt? Hä, was war? Pan, ich wollte mich umbringen. Alter, ich hab die Runde gewonnen, ohne irgendwas zu machen? Was hast du gemacht? Ich bin rückwärts gelaufen und da war ne Lücke. Ey, warum flieg man mit dem Ding denn nicht so weg? Das ist voll scheiße. Ich bin nur von Kratscheiners umgelegt. Ich bin nur von Kratscheiners umgelegt. Kratscheiners. Kratscheiners. Oh Mann. Oh Gott. Hat mein Plan ja gar nicht funktioniert. Oh. Oh, der Curry. Wie es mit Disco-Malato nicht geklappt hat, weiß ich aber auch nicht. Ich weiß es, ich versteh es nicht. Normalerweise sind wir voll geil damit weggeflogen, aber jetzt? Was war? Jetzt geht das wieder. Die sind alle hier so bescheuert immer. Hui. Traitor. Geil Tobi. Okay Tobi, ich töte dich jetzt, Mann. Ja, kannst du ja gut, ne? Ja, kann ich. Soll ich nochmal machen? Ja klar, komm. Auf gehts. Die Runde dann vorbei? Vielleicht. Cool. Komm, töte mich. Töte mich! Ey! Nein! Krieg die Tastatur! Ja, natürlich! Was? Ist das dein fucking Ernst? Die Scheiß-Tastatur, Alter. Die Scheiß-Tastatur. Können wir uns sammeln, damit wir dir ne neue Tastatur kaufen können? Ich hab ihm noch so ne neue geholt. Nein, das ist von dem Spiel, das liegt nicht an meiner Tastatur. Das ist einfach das Spiel, das Binde. Bleibst du da nicht hängen? Du Sau. Oh, Mann ey, ist doch scheiße. Oh, Curry. Oh, Curry. Das war deine beste Runde bisher. Ja, komm. Das ist deine Momente. Sagt sie, weißt du? Mann ey, Paar. Was soll das denn heißen? Curry. Hast du was gegen Frauen-Curry? Ja, das wirkt so ne? Äh? Äh? Sag mal, wer ist denn da? Das Gamer-Gurl kann sowieso nichts paaren. Du bist Lisa. Hä? Du bist Lisa. Warum bist du Lisa? Ja, du auch. Hä? Hä? Was ist denn los? Bei mir bin ich eigentlich, oder? Ja, jetzt müssen wir wohl Lisa bleiben, weil ich kann das nicht ändern. Ich hab jetzt geändert. Also bisher hab ich echt Pech in der Runde, ne? Schade. Alles klar. Okay Curry, okay. Tobi, ich töte dich jetzt. Töte mich Curry. Töte mich Curry. Bin ich jetzt wieder die Angebie, Olle? Warte mal, irgendeiner hat gerade noch... Hey. Äh, kann jemand? Okay, dankeschön. Warte mal, warte mal, warte mal. Der Erik da. Der hat doch da was grad gemacht. Hä? Was versuchst du denn jetzt schon? Der Erik hat doch da eh was gemacht, ey. Ich hab doch nur Funken gesehen. Entschuldigung. Du hast nur Funken gesehen. Aus meinem Arschloch vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Weil ich mich angefurzt habe. Oh, ja. Nach guter alter Klever-Tradition zu begrüßen. Erstmal anschwurzeln, ausschnüffeln. 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 Wenn die Klever dann sich treffen, riechen sie erstmal gut. Ah, so. Hey, Bahn. Ja, eh. Geht ihr da? Ja, ne, eh. Was? Lass sie da hinter mir her. Was ist los? Ne, was soll ich hier machen? Ne, also die Pan läuft hinter mir. Ich guck ihr nicht hin, wenn ich gleich tot bin. Ihr wisst das. Ja, wie der einfach voll am Lügen ist. Tobi, du lebst weiter. Ich bin die ganze Zeit hinter dir gewesen gerade. Tobi, geil, Tobi, ey. Geil. Jetzt komm ich hier aber nicht mehr hoch. Schade, Tobi. Das ist Kirby-Action. Firefly. So. Und jetzt... Geh ich erstmal kacken. Geil. Ciao, Curry. Ja, ist geil, geil die Folge. Geht um kacken und an alle Blutungen. Ich hab keine Ahnung was los ist. Läuft. Ich weiß schon was ich auf mein Thumbnail mache. Und ich mein keine Kacke. Ein fettes Sternchen. Ey, Tobi mal. Ey, Erik mal. Tobi, warum? Ah, Tobi. Warum? Warum? Horasen. Ey, irgendwer schießt auf mich. Wer denn? Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Der Erik war's glaub ich. Hä, ich war's überhaupt nicht. Das wird mich alle verarschen heute. Nee, du warst es nicht. Ich glaub der Curry war's. Wo ist Curry? Ja, ich war's, sorry. Curry, du Stück. Wo bist du? Sorry, Tobi, sorry. Ja, ist der Tobi? Das fand's so geil, weißt du. Ah, das war die Pan. Ah, Pan. Hey, ich hab nicht ge... Hey, ich bin grad erst hier runtergekommen, ihr blöden. Du hast auf mich geschossen, Pan. Ich hab nicht auf dich geschossen. Der Erik, der Erik hat's gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen, Pan. Hast du ne Sniper, hast du ne Sniper Pan? Nein. Nein, guck. Guck doch. Guck doch bitte einmal. Du hättest das doch gehört, wenn ich geschossen hätte, oder nicht? Dann tut's mir leid. Ich dachte, du wärst außerdem Curry. Weil ich dachte eigentlich, der Curry hätte auf mich geschossen. Sorry. Ja, ich hab's aber trotzdem nicht gemacht, Tobi. Nee. Nee, Leute. Außerdem ist die Frage, hast du ne Sniper total sinnlos, weil sie die sowieso weggeschmissen hat? Hast du gesehen? Hä, wo soll ich denn hier oben so schnell ne Waffe... Hä? Du brauchst jetzt nicht so hektisch werden. Alles gut. Wir leben doch alle noch. Oh, nee. Jetzt wirklich mal ohne Scheiß. Ja, ja, ja. Ich hab aber auch den Schuss gesehen auf mich. Den Schuss hab ich gesehen, genau. Aber ich habe keinen Schuss gehört. Der kam von irgendwo oben. Ja, den musst du auch nicht hören. Dann reicht's ja, wenn... Hä? Das hörst du doch. Guck mal. Das hört man. Guck mal, schon wieder geschossen. Toll. Pan hat schon wieder geschossen. Ja, ich hab doch gesagt, das hat man jetzt aber gehört, oder nicht? Nö. Willst du mich verarschen? Ich hab nichts gehört. Warte mal, bleib mal da wo du bist. Ich hab's nur einschlagen gehört. Soll ich schießen? Warte, warte, warte. Schieß jetzt nochmal auf mich. Wo bist du denn? Hä? Hier. Hier. Nein, ich schieß nicht auf dich, aber schieß vorbei. Ja, hört man nämlich nicht. Ja. Ich hab ihn nämlich nicht gehört, den Schuss. Ja, ich hab ihn auch nicht gehört. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn nur gesehen, aber gehört hab ich ihn nicht. Das ist immer unterschiedlich. Ich hab ihn gehört. Komm doch auf die Entfernung, Mann. Hab ich geschossen. Hey. 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 Was warst du da? Guck mal, Tobi. Guck mal, da unten. Hä? Hä? Tobi, warum? Was? Der ist gerade einfach von der Kiste gesprungen. Warum? Der ist gerade von der Kiste gesprungen. Der ist vor meinen Augen von der Kiste gesprungen. Der ist direkt hier aufgeprallt. Von da oben. Curry ist traitor. Nein, du kannst doch. Warte mal, Pan, lass mal. Lass mal bitte. So was macht er immer. Hier, siehst du doch. Pan, guck mal. Was steht da? Geh auf E. Was steht da, wodurch er gestorben ist? Currywurst killt Tobi. Hä? Bist du bescheuert? Ah, ist klar, Curry. Ah, ist klar. Ich schwör, das steht da. Das geht ja ab. Pan, was steht da rechts? Wo? Was steht rechts, wenn du auf E drückst? Äh. Ich kann den nicht mehr auf E drücken. Rechts? Doch, kannst du. Er ist zur Tode gefallen. Ja, danke schön. Bitte schön. Und ich stand hier unten, als du gekommen bist, Pan. Ah, ja, 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 ja. Du kannst so schön abhauen jetzt. Der Kering, der Kering. Okay, Fakt ist, einer von euch muss jetzt grad auf jeden Fall sein. Ja, ich bin innocent Tobi. Ah, ich war nicht mal in den Tod gesprungen. Oh scheiße. Ich war nicht mal in der Nieder. Ich bin runtergefallen. Deswegen werde ich mich jetzt mal verkrümeln. Ja. Und ihr macht das mal unter euch aus. Ja, ich hab doch mit dem Zoom. Ich verkrümel mich jetzt auch. Ich kämpfe jetzt mal. Ich kämpfe jetzt wie die Sau. Ja, ich auch. Ich kämpfe jetzt auch. Wenn Curry kämpfe, kämpfe ich auch. So. Oh Leute. Campen wir alle jetzt. Ja komm, Pan, hol uns. Irgendwer muss sich jetzt beeilen. Drei Minuten. Irgendwer muss sich beeilen. Ja, ja, das stimmt. Das glaub ich dir. Natürlich, klar. Scheiße, aber ich bin grad echt runtergefallen. Nur mal so. Ja, und du bist Traitor, ne? Ich bin nicht Traitor, aber ich bin grad wirklich runtergefallen. Komm. Lass uns sein, Pan. Pan, geh weg. Curry, das zieht nicht. Lass mich alleine, hau ab. Lass mich alleine. Das zieht nicht. Lass mich alleine. Hä, bist du das da hinten? So. Das wird lustig. Ja, der springt einfach in den Tod. Warum, Tobi? Warum? Der wollte mir eiskalt den Kill anhängen. So ne Drecksau, Alter. Okay, Currys Killer. Ja, sag ich doch. Warum bin ich jetzt Killer? Weil du mega auffällig bist. Aber von wo ist denn der Schuss lang gekommen? Kann der? Ne, jetzt mal im Ernst. Von wo ist der Schuss gekommen? Schießt du einmal auf mich, bist du tot. Curry? Wehe, du schießt auf mich. Ich seh dich. Ich seh dich auch. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Pan. Ja. Pan. Du siehst dich. Alles in Ordnung. Alles gut. Alles gut. Warum glaubst du mir nicht? Weil du mich schon... Ne, die Frage ist, warum glaubst du mir... Ja, alles klar Pan. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo ist der? Oh. Nein. Nein. Scheiße. Ich brauch das. Ich hasse den. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Aber danke, dass du mich so beschützt hast. Das war die schönste Ansicht, die ich jemals gesehen habe. Ich wollte es auch mal probieren, dass andere den Curry verdächtigen, weißt du. Ja, fast. Es ist schwierig. Wieso schaffen das immer alle? Ah. Curry? Ich bin tot. Wo bist du denn jetzt? Wir gehen einfach mal ein bisschen. Zur Strafe zeig ich deinen Arsch. Ich bin tot. Was? Könntest du bitte nicht meinen Hintern zeigen hier? Pan. Alles klar, Pan. Pfff. Was war das denn? Das war dann wohl ein Fail, ne? Das nennt man dann wohl einen Fail. Ich schieße es von weit mit einer Shotgun. Kannst du mal sehen, wo der Hammer hängt. Okay, Pan. Zeig mal. Zeig mal deinen Hammer. Ich werde hier voll geblendet. Oh, Entschuldigung. Zeig mal, Pan. Komm. Die, 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 die Currywurst mit Pommes. Ja? Ja. Ja. Okay. Okay, Pan. Okay. 30 Sekunden, ne? Currywurst mit Pommes. Ich hab Zeit. Currywurst mit Pommes. Currywurst mit Pommes. Currywurst mit Pommes. Und du hörst auf zu lachen. Halt dich gefälligst an die Regeln. Sonst schicke ich Leute auf den Kanadier und sie sollen dich dann haken. Hä? Hä? Wo war der denn? Ich war hinter dem Auto hier. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Oh Mann. War aber trotzdem... Mann ey, wie der Erik da aus dem Tank ausgefrogen ist. Boah, ich musste voll überlegen. Machst du das jetzt wirklich oder machst du das nicht? Ich fand's wirklich gut, dass ich den Curry verdächtig hab. Genau, das war nämlich mein Ziel. Ja, das war aber... Das war dein Ziel. Warum das? Bist du wirklich selber gesprungen? Ja, ne, ich bin aus der Sinne nach vorne gelaufen. Ja, genau. Und da ist aber Currys Granate explodiert. Genau in dem Moment. Aber Curry macht immer genau diese Geschichten. Weißt du, wenn jemand um... Ja, ja, ich war immer jede Geschichte. War aber gut, war gut. Danke Curry, dass du mitgespielt hast. Ja, alles klar. Der schießt dich jetzt. Ja, komm, er schießt mich los. Komm, er schießt mich. Und das Pfeil gehört dir nicht hin, Alter. Ja, ja, komm. Sagt der, der mich vorhin mit so einer Disco-Granate da oben runterschmeißt, Alter. Ja, sorry, wenn du da reinläufst, kann ich ja nichts führen, ne? Ja, ich steh mitten auf dem Ding, du sagst, Achtung, wo soll ich denn hin? So, hau ab, komm. Hoppala. Komm, hau ab, geh weg von mir, Mann. Ich muss immer nachladen. Warum nicht nachladest du dich? Kann ich denn da nähen? Wo bist du von mir? Verpiss dich! Oh, wer ist, wer ist Strater? Wer ist Strater? Curry, weil der war frech, Alter. Okay, Curry, Strater, alles klar. Der rennt die ganze Zeit hinter mir her. Curry, Strater. Okay. Ah, ist klar, okay. Ja, okay, kann ich. Alter! Was denn? Was denn? Was denn? Irgendjemand hat mich mit dieser Dings angeschossen, dass ich dauerhaft schieße und jetzt bin ich tot. Und ich habe Curry aus Versehen getötet. Oh, alles klar. Aber ich konnte dafür nichts, weil ich ja dauerhaft geschossen habe. Okay, alles klar. Ich bin gleich tot. Macht's gut, Freunde. Macht's gut. Hey, Pan, schon wieder Traitor? Jaaa. 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 Genieß die Zeit, solange du noch was zu lachen hast. Oh, wir müssen noch was zu echten bestellen. Oh, stimmt. Das müssen wir gleich nach der Runde machen. Ist ja ein bisschen spät. So, und jetzt wieder, und jetzt wieder TTT. Und der Curry hat eine Stunde Geburtstag. In einer Stunde hat der Curry Geburtstag. Curry, in einer Stunde hat es Geburtstag waren. Jaaa, aber da müssen wir gleich schon aufhören aufzunehmen. Jaaa, du bist ja tot, du kannst ja gar nicht reden. Schade, du hast doch nicht Geburtstag. Du bist ja tot. Ne, wir müssen gleich dann, okay, nach der, nach der Map ist erstmal. Nach der Map ist erstmal scheiße. Ja, der Curry kann ja nur bis zu 21 Uhr. Der Boy hat Geburtstag. Er hat Geburtstag, aber er wird ja erst 15, deswegen muss er dann ins Bett trotzdem. Ist ein bisschen schade halt. Manchmal darf der Curry länger aufbleiben und noch Ronja Räubertochter gucken. Ronja Räubertochter. Sagen wir mal fragen, wo bist du? Wo bist'n du? Wo bist'n du? Wo bist'n du? Wo bist'n du? Gib mir mal, gib mir mal einen Tipp, einen Hinweis. Hä, warum? Du bist doch Traitor. Ja. Bin ich das wirklich? Hüpfst du gerade? Ja klar. Hüpf! Weil ich es muss. Wo hüpfst du denn gerade? Dieser Kill muss für Curry sein. Das ist ein vorläufiges Geburtstagsgeschenk. Was? Was? Was ist das? Was ist das für ein Geburtstagsgeschenk? Currys allerbesten Freund umzubringen. Ich bin sicher, Curry würde das nicht wollen. Er würde sie auch selber sagen, aber aus dem Grab kann er nicht sprechen. Das ist doof. Das ist ne Curry in Ruhe. Hä, war das jetzt ne Beleidigung ihm gegenüber oder was? Ich hab keine Ahnung, ich rede nur scheiße. Das ist der Status, den ich bei dir habe. So ne Unperson. Wo bist du denn? Ja, hier. Dude. Oh cool. Was? Was denn? Ich bewunderte gerade Harry Potter. Der haarige Potter. Ja. Hab ich gerade bewundert. Na 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 Der Boomerang hat dich verfehlt, ich bin im pluk Jagd den Boomerang Ala wo warst du, ich hab mich voll nicht gesehen Von oben kam ich runter gefühlt Ah Gottchen Ich wollte eigentlich Harry Potter als Ausrede nehmen und denkst du anders sein und dann dachte ich mir, dann warte ich da einfach, bis du zu Harry Potter gehst. Das ist voll lustig mit den Skins und sowas, aber es macht echt nochmal viel mehr Spaß. Okay, die Folge beenden. Der Curry muss gleich in seinen Geburtstag heilenfeiern. Okay, Curry. Happy Birthday to you. Nee, ich esse... Happy Birthday to you. Wenn die Folge kommt, hier ist es schon anderthalb Wochen rum einfach. Genau. Meld mal bitte Currys Video jetzt zu und sag den einmal... Nein, hört auf an mir, bitte. Mit Herzen und Küsschen und ganz viel Schmusi. Schmusi. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Ah, die ist. Was wünschen dir? Ich weiß nicht. Ja, gar nichts. Ja! Okay, ja gar nichts, geil. Geil. Curry, was machst du? Machst du Feier? Ja klar, seid doch alle eingeladen, die kommen rum, ey. Alles klar. Aber ich komme nicht. Ring. Ja, geil. Aber ich komme nicht, wie jedes Jahr, Curry. Ja, das ist mein Lieferdorf, Tobi. Weißt du, der ganze Tisch, Freunde, Familie, alles so, so lange Tafeln. Ein Sturm mit Tobi Schild. Und ein Tisch, äh, ein Stuhl immer leer am Kopfende, weißt du, so. Oh, mit dem Schild, so, Tobi, Tobi. Auch wenn Curry, wenn Curry zum, beim wichtigen Fußballspiel ist, weißt du, so. Der Tobi verspricht immer, dass er kommt, aber muss leider auf Arbeit. Tobi ist der Papa von The Journey einfach so. Ja, genau, genau, der ist er auch. Der fällt doch nicht hin, du Lusche. Ach Tobi. Hab dich trotzdem lieb, ne? Okay, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.